Lucius Galpunius Piso Caesoninus war ein im 2. Jahrhundert v. Chr. lebender Politiker der Römischen Republik. 148 v. Chr. bekleidete er das Konsulat. Leben. Lucius Galpunius Piso Caesoninus, dessen Vater und Großvater laut den Fastikapitulini das Pränomen Gaius fütten, entstammte wohl ursprünglich der wenig bekannten Gens Caesonia und wurde durch Adoption zu einem Mitglied des bedeutenderen Plebeischen. Geschlechts der Kalpunier Vielleicht war sein Adoptivvater der im Amt verstorbene Konsul von 180 v. Chr. Seine Nachfahren trugen weiterhin das Kognomen Caesoninus. Erstmals bezeugt es Piso für das Jahr 154 v. Chr., in dem er als Praetor fungierte und die Provinz Hispania Ulterior erhielt. Dort musste er eine Niederlage gegen die Lusitaner einstecken. Das höchste Staatsamt erreichte er 148 v. Chr. zusammen mit Spurius Postumius Albinus Magnus. Damals trug Rom den Dritten Punischen Krieg gegen Carthago aus. Piso war Kommandant der römischen Landstreitkräfte in Afrika, seine Kriegsführung wurde jedoch als zu wenig energisch kritisiert. Bei seinem Bemühen, diverse kardagische Orte zu erobern, wurde er außerdem mehrmals geschlagen. Im nächsten Jahr trat der erfolgreichere Publius Cornelius Kipio a Emilianus Afrikanus an seine Stelle. Über Pisos weiteres Leben ist nichts bekannt.